herzlich willkommen leute zu einem neuen video präsentiere euch heute die aktuelle charge der 3er kanonschläge von veco die es jedes jahr bei kaufland zu kaufen gibt für ungefähr 2 euro 3 kanonschläge die jetzt nicht unbedingt sehr laut sind aber was ich sehr schätze an dem produkt sind einfach in der nacht also es wirklich ein produkt das man in der nacht schießen sollte finde ich weil da der funken flug sehr extrem ist und das macht einfach spaß und allein deswegen kaufe ich die mir immer sehr gerne und die möchte ich euch heute einfach mal präsentieren und ich würde sagen wir gehen raus und testen sie viel spaß so wir machen jetzt die 3er kanonschläge von veco aus dem kaufland ich glaube 1 99 haben die gekostet sind in der nacht ganz schön haben einen schönen funkenflug wir zünden die aber jetzt hier ist auch relativ dunkel deswegen können wir uns die jetzt einfach mal und schauen mal was sie so können eigentlich auch jedes jahr bei mir mit dabei also der knall ja doch der war ganz gut also ist halt wirklich nicht so der knall kanonschlag ist es für mich ist es kein kanonschlag ist er so für die nacht schöner funken flug da muss man sich jetzt nicht unbedingt holen also da waren die damals wirklich besser danke fürs zuschauen